Hallo! Hallo! Die Menschen heute Morgen und auch nochmal am Samstag drei Tage lang hier weihnachtliche Stimmung verbreiten. Erholen Sie sich vom weihnachtlichen Ankaufsstress, kommen Sie zu uns, lassen Sie sich mit dem Nikolaus fotografieren. Wir drucken direkt die vorgleichen Musik aus. Sie können Ihre Lebkuchenherzen selber gemahlen. Wir haben gleich ein schönes Geschenk im Erlegnis, Bahnhof Essen, verkauften Weihnachtsgeschenke, dann auch gleich einpacken lassen. Und wir hoffen, dass wir Sie heute auch gut unterhalten werden mit weihnachtlicher Musik. Eben noch das Streicher-Duo Agnes und Dagmar und jetzt gleich in Kürze werden wir einige Hafenklänge hören. Weihnachtliche Lieder, aber auch vieles, was zu Weihnachten passt von Menni Sogatoldi, von Hengel, von Bach und vieles mehr als drei Tage wurden von der Christiane. Und Hinweis nochmal, was unser Gewinnspiel anbelangt, immer zur vollen Stunde werden wir hier Eintrittskarten verlosen. An allen drei Tagen für die Veranstaltung vom Geist der Weihnacht, das Erfolgsmusical, das seit zwei Jahren auch hier in Essen gastiert, noch bis Ende des Jahres, und zwar im Colosseum. Dort brennt übrigens auch die Ferze, die Originalkerze von Bethlehem. Morgen auf 17 Uhr können sich dort ihre eigene Kerze mit dem Originallicht anzünden. Das hat man von Bethlehem hergeholt, so wie die Olympische Fackel zum Beispiel von Athen jetzt nach London. Und dieses Licht steht hier ganz symbolisch für die Hoffnung auf ein besseres Leben, auf Frieden, auf Verständigung und vor allen Dingen auch Menschlichkeit zwischen den Menschen, aber auch den Völkern. Ganz toll, dass das Musical in Essen da mitzieht, da mitmacht bei dieser Aktion, in Kooperation übrigens mit den Maltesern. Und wir haben für dieses schöne Musical von Charles Dickens, bei der ja auch La Fee mitsingt, haben wir Eintrittskarten zu verlosen. Immer zur vollen Stunde, so auch jetzt gleich dann wieder um 14 Uhr. So, wir freuen uns jetzt wieder auf schöne weihnachtliche Hafenklänge von der Christiane. Ich darf Ihnen viel Spaß wünschen, diese Aktion und wir, übrigens die Werbegemeinschaft Bahnhof Essen, das sind alle Shopbetreiber, Inhaber von gastronomischen Betrieben und auch Dienstleistungen, die das hier für Sie organisiert und durchgeführt haben. Wie gesagt, noch bis Samstag. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Wachen Sie fleißig mit und vor allen Dingen, wenn Sie mitgewerden wollen. So, unser Nikolaus ist jetzt auch gleich schon wieder soweit für die nächsten schönen Fotoaktionen, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Für wieder eine schöne Sache, hier ein Erinnerungsfoto dann mitzunehmen mit Nikolaus zusammen. Hier und vor allen Dingen, die sind natürlich kostenfrei, wir trocken was raus und haben dann gleich schon das Souvenir. Jetzt aber erstmal wieder mit Spaß und schon eine gesündige Stunde mit auch voller weihnachtlicher Untermalung am heutigen Tag, und zwar mit der Christiane in der Hafen, die ist von München. Und zwar mit der Christiane in der Hafen, die ist von München. Und zwar mit der Christiane in der Hafen, die ist von München. Tschüss. Nice. Hey. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.